KAKAROT Nach dem ersten Schrei auf dem Planeten Vegeta tat, waren sein Vater und sein Heimatplanet im Begriff von einem schrecklichen Feind ausgelöscht zu werden. KAKAROT? Na, Ka-Q-Senshin-No-Kodomo-Da-Na. Ich kann nicht nur den Schrecklichen Wachstum auf den Schrecklichen Wachstum. Wachstum? Ein Mann von der Schrecklichen Wachstum auf den Schrecklichen Wachstum. Der Vater und der Vater, der sich in der Schrecklichen Wachstum verletzt hat, hat sich in der Gefahr zu verletzen. KAKAROT? Das ist er also der Sohn von Bardo. Es wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als ihn auf einen weit entfernten Planeten zu schicken. Ja, sehe ich genauso. Auf dem Planeten Vegeta erblickte einst ein kleiner Junge das Licht der Welt. Freezer! Da ist er! Das ist Lord Freezer! Lord Freezer! Hahaha, hiermit ändert sich alles. Das Schicksal des Planeten Vegeta, Kakarots Schicksal. Und dein... Schicksal ändert sich eben... Freezer! Freezer-Sama, Freezer-Sama! Das wird alles ändern. Die Welt der Welt der Welt, Kakarots-Sama. Was ist... Fusste... ...K-K-Sama-Num... ...Megor! Freezer! Fusste... Fusste... ...K-K-Sama-Num... Ich hab' einen Mords-Hunger. Was redest du denn? Ich hab' dich gerade gefragt, ob du Gohan gesehen hast. Hä? Den hab' ich nicht gesehen. Wenn ihr nicht schnell esst und euch auf den Weg macht, lasst ihr Mutten Roshi und die anderen zu lange warten. Was? Hura, mu, Harapeko da! Nani iってる da! Gohan-Chan minna katta da ka? Hura, minna katta zo! Haya ku Gohan o tabete de kakeneba, Mutten Roshi-Sama-Tach ga o machikane da be. Und san, du, ist das denn? Hab' ich einen Kohldampf. Das Essen ist längst fertig, also, hast du Son Gohan gesehen? Der Kleine? Nö, keine Ahnung. Ich frage mich, wo er sich wieder rumtreibt. Ich rufe ihn jetzt schon seit geschlagenen 10 Minuten und hab' ihn immer noch nirgendwo entdecken können. Ein Meteorit ist das jedenfalls nicht. Aber was ist es dann? Hura! In-Inseki janei zo? Nanda itai? Hier ist die Stelle! Nein, das ist bestimmt kein Meteorit. Aber was ist es dann? Was... was ist das nur für eine Energie? Ist das etwa... Son Goku? N-Nanda... N-Danda... Goku... ...Goku... ...kuh... ...was? Ich spüre eine Energie nahe und eine riesige Kraft kommt direkt auf mich zu! Ist das etwas von Goku? Was ist das denn los? Wer ist das? N-Nanda, Arua! Das ist dein Mann, er fliegt auf uns zu. Wer ist das? Endlich begegnen wir uns. Du bist groß geworden. Aber ich habe dich trotzdem sofort erkannt, Kakarot. Du bist groß geworden, Kakarot. Du bist groß geworden, Kakarot. Kein Zweifel, du bist es, Kakarot. Und, erkennst du mich nicht? Was? Du bist zwar jetzt erwachsen, aber immer noch mein kleiner Bruder. Oh, Yamchu, dieser blöde Vollidiot. Lasst mich bloß in Ruhe mit dem. Ich bin stocksauer auf den. Deswegen habe ich ihm auch nicht erzählt, dass wir uns heute alle hier treffen. Ich schlage vor, wir feiern... Yamu-chan, anno-bakka, ne? Schil-mon des ka, anna-yats. Du abgeblieben. Lass mich doch mit diesem Vollidioten in Ruhe. Ich will seinen Namen nicht mehr hören. Er ist nicht mehr mein Freund. Ich kenne ihn nicht mehr. Und deshalb habe ich ihm nicht einmal gesagt, dass ich hierher kommen werde. Son-Goran? Verstehe. Du hast ihn also nach deinem verstorbenen Großvater benannt. Ja. Es ist wirklich eine Überraschung, dass du hier mit einem Kind auftauchst, Goku. Son-Gohan? Ah, so, ka? Sinder-Gi-san-no-namai-o-tsuk-eta-no-ka? Oh. Ich kenne ihn nicht mehr, aber er ist nicht mehr. Goku, wenn er die Kinder bringt, ist er nicht mehr. Oh. Son-Gohan? Aber natürlich, du hast ihn nach deinem Großvater genannt, ganz wie es sich gehört. Klar. Junge, Junge, was für eine Überraschung. Wer hätte gedacht, dass du mal ein Kind haben würdest? Ah, Yamchu, dieser blöde Vollidiot. Lass mich bloß in Ruhe mit dem. Ich bin stocksauer auf den. Deswegen habe ich ihm auch nicht erzählt, dass wir uns heute alle hier treffen. Ich schlage vor, wir feiern heute einfach ohne ihn. Los, Party! Ihr zwei streitet euch ja wirklich oft. Das finde ich aber auch. Wo ist denn eigentlich Lunch?